Ich habe auch noch mal in den Oben Schrank Seile reingetan. Ja, die habe ich schon fertiliert. Hey. Bebe. 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 So, dreimal Fertilizer. Direkt die Tomaten wieder vermehren hier. Das sind meine kleine Sahneschnitte. Ja. Dann fährt sich hin. Dann ist doch gerade noch hier. Nur zwei Etagen höher oder drei. Ah, ah, ja. So. Warte, ich komme zu dir. Dunkel? Oh, jetzt ist er so dunkel. Wie leut, was ich dich denn jetzt nicht mehr... Oh, okay. Gut, dass ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Ja. Aber ich habe was mitgebracht für heute Nacht, für uns beide. mit dem Basis-Schläger oder sowas anwachen. Oh. Ist ja... Gut, ne? Dachte ich mir auch. Ja. Das ist ja... Wird zwei Spaß haben können. Ja. Hm. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Ich freue mich immer nicht, dass du bist. Sehr gut. Und auf die andere Arme? Was ist mit? Hast du auch noch einen für die andere Arme? Aber auf den Feuern. Ne, leider noch nichts weiter gefunden. Kommt noch. Ja. Ich welche Finde bringe ich mit. Tch. So, jetzt könnte man wieder zack werden hier. Nö, das geht doch nicht schlecht aus. Ich hab ganz viele Russen hier auf dem Spielding. Ja. Oh, es ist Tag. Das war jetzt ein... Das geht aber schnell in dem Spiel. Da wollte ich mir grad einen Kinderriegel einpfeifen. In der Riegel? Und dann kannst du nur nachts einen Kinderriegel dir einpfeifen. Ist doch illegal, was? Dann sehen die Kalorien... Sie will die Kalorien verarschen. Im Dunkeln finden die Kalorien den Weg nicht, ne? Richtig. Und ich seh sie nicht. Ist ja bekannt, was man nicht sieht. Ja. Das gebe ich nicht. Richtig, so sieht das aus. So, jetzt werde ich mal probieren, hinten zum Militärlager zu kommen. Ah, das Schlauchboot steht auch wieder da. Ja. Ja, nicht Schlauchboot, sondern hier Motorboot. Ja, ein Schlauchboot... und hier eine Rotter. Mhmm inm approximation... Kinderriegel. Mhmmm... Dする,不要,不要. in den Kinderriegel rein. Ich hab gedacht, die in ein Spiel. Gibt's hier Kinderriegel in ein Spiel? Ja, Schokoriegel heißt. So richtig, richtig in real life. Da bin ich schon von rausgegangen. Das war keine gute Idee. Aua. Die Kinderriegel zu essen. Nee, von der Brücke zu fallen. Achso. Nicht unbedingt die cleverste Idee, die ich hatte. Ein Fehler von deinen Schuhen? Nee. Oh, sind da vier Zombies drin? Fuck. Huuu. Mal gucken da langsam voran zu kommen. Ich will nämlich mal gucken, ob die vielleicht hier Kantins drin haben. Oh no. Go, Zombie, fuck you. 70, können wir jetzt einmal, zweimal, sehr gut, schauen wir mehr Damage raus. Wie sieht es aus, Waffe, Hyper, ja, 89%, sehr gut. Ich hoffe, dass jetzt kein Tank spawnt, weil sonst habe ich die Arschkalle gezogen. Eine Smoke Raid, die will ich nicht. Vierten Haus, ne, den Draht will ich auch nicht. Den Barbitwire. Hier ist ein Heli. Oh, da ist der Tank, fuck. Könntest versuchen wir nicht, eine Waffe finden, den Tank irgendwie zu klatschen. Aber sonst kommt bestimmt irgendwie auf die Mauern drauf. Und von daraus halt irgendwie versuchen, den Tank mit zu klatschen. Boah, ich habe Candy gefunden. Echt? Andhören? Okay. Kann ich denn gleich wieder vernaschen? Boah, Schnauzer. Der ist immer noch besser, wie das Geräusch, was ich hier habe. Dieses, boah. Dieses scheiße Monsterzombie hier. Hier ist ein Generator. Jawohl. Okay, Generator Nummer zwei. Nice one. Oh Gott, er macht ja Geräusche. Lecko mio. Scrap. Mann, hier muss doch irgendwo eine Cantina oder sowas drin sein. Kann doch nicht wahr sein. Messer. Salvatchen. Lecko, hast du mir jetzt vom Essen was übrig gelassen, oder wat? Peacemaker Magazin. Was? Was ist das denn? Ich habe eine... Real 51 from Olympia. Please transfer... 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 Aua, whichever files you have regarding to play soil federation. Okay. Ich habe hier irgendwie ein Protokoll gefunden. Gibt es hier Quests mittlerweile? 128 Bit AES-Key for May 23rd. Goal. Was habe ich jetzt gefunden? Ein GPS. Cool. Nice. Da habe ich jetzt praktisch die Karte, oder wie war das, ne? Ja. Ja, geil. Boah, ist die groß, die Map. Oh, ich habe einen Gaskanister gefunden. Was benutze ich denn jetzt? Äh, in der Hand und eine rechte Maustaste. Ah. Benzin-Kanister voll? Seiler Scheiß. Fuck, jetzt komme ich auf die andere Seite. Der fette Tank steht natürlich mitten am Flugfeld hier. Mit der Gelände. Komm, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du. Das schaffst du. Schießstand. Erst mal gucken, ob hier Muni liegt. Ah, Gaskanate. Null Muni. Wow. Bisher hat sich der Ausflug hierhin nicht gelohnt. Oh, hallo mein Freund. Aua, was ist das? Die GPS war schon okay. Aber eine Kantine wäre mir lieber. Wow. TNT. Was ist das hier? Auf jeden Fall irgendeine Ding ist hier. Strip. Drop. Okay. Das Magazin haben wir. Refill. Zack, direkt alles zu einem Magazin machen. Jetzt muss ich noch in die Baracken kommen. Oh, hier sind Schweine. In die Hangars rein. Oh, hier sind die Baracken jetzt schon richtig. Wow. Hier nur eine scheiß Smokegranate. Stopp. Oh, nochmal Candy. Und nochmal Candy. Und eine runde Reach. Oh, ich muss pissen, ey. Dann geht bevor es zu spät ist. Ich bin gerade schlecht. Ich bin mitten im Militärgelände hier. Ach, da wird schon nichts passieren. Haben die da nicht auch so ein bisschen? Was haben die hier? Eine komische Wachtürme. Ja, Wachtürme schon, aber da oben stehen Zombies. Denk dann, du hast kein Always-Ultra-Sessel wie Hölle. Aber ich habe saugfähige Boxershots. Aber wenn die so viel abkönnen, nicht schlecht. Okay. Saugfähige Boxershots. Jawoll. Nice. Ja, die sind von innen gefüttert. 17 Tagen Feber. Okay, jetzt haben wir schon mal... Zwei Magazin, das ist schon mal nice. Ich muss noch wieder hier rauskommen. Aber das ist ein Helikopter. Ich würde gerne in den Helikopter fliegen. Ich weiß aber nicht, wie man in den Helikopter fliegt. Hilf nur eins ausprobieren. Ja, direkt beim Bonser-Zombie. Natürlich. Wenn, dann muss es sich ja lohnen. Wie viel Benzin hat denn das Ding? Null Prozent. Naja, okay, hat sich erledigt. Auf jeden Fall auf dem Militärgelände steht ein Helikopter. Nice. Sehr nice, Dude. Sehr nice. Also, man hat auf jeden Fall... Ach nee, hat sich ja wohl gelohnt. Ich habe ein GPS und einen zweiten Generator halt, ne? Oh, hallo, jetzt ist der Spucker. Okay, dieser Sirup halt auch Radioaktivität. Nice. Was ist denn hier los? In der Apotheke, keine Drogen? What the fuck? Was stimmt mit euch nicht? Ich will mal ganz kurz auf, Ka. Microphone muted.